Karmasana, die Stellung der Liebe. Sie wird wie folgt beschrieben von Garote in seiner Enzyklopädie of Traditional Asanas. Stelle dich auf und dann gib einen Fuß in die Hüftbeuge und gehe dann so weit nach unten, wie du kannst und gib die kleinen Finger auf den Boden. Die Stellung ist sehr anstrengend für Oberschenkel und Gesäß. Warum das jetzt Karmasana ist, die Liebesstellung und Karma ist ja auch die sexuelle Liebe, das ist mir nicht ganz klar, aber vielleicht hast du dort ausreichend Fantasie dafür. In jedem Fall ist sie gut, Verstärkung von Oberschenkel und Gesäßmuskel und Gleichgewicht.